Es freut mich, dass wir ein neues Bibelstudium beginnen können, in dem wir die Apostelgeschichte studieren wollen. Wir wollen uns aber nicht um die Geschichte kümmern, als dass wir jetzt zurückblicken und sagen, wie schön und wie außergewöhnlich das war, sondern wir wollen sehen unseren Auftrag, der damals schon begann mit den ersten Jüngern Jesu, den wir als die letzten Jünger Jesu erfüllen sollen. Wir wollen also nicht Geschichte schauen, rückblickend, sondern wir wollen uns vorbereiten, um Geschichte zu machen in unserer Zeit. Die Apostelgeschichte wurde geschrieben von einem Arzt, von Lukas. Er hat auch das Evangelium nach Lukas geschrieben und er schreibt diese Geschichte auf und er beginnt, indem er sagt in Vers 1, die erste Rede habe ich getan, lieber Theophilus, von alledem, dass Jesus anfing, beide zu tun und zu lehren. Das war der Lukasbrief. Bis an den Tag, da er aufgenommen ward, nachdem er den Aposteln, welcher hatte er wählet, durch den Heiligen Geist Befehl getan hatte, welchen er sich nach seinem Leiden lebendig erzeigt hatte durch mancherlei Erweisung und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reiche Gottes. Und als er sie versammelt hatte, befahl er ihnen, dass sie nicht von Jerusalem wichen, sondern warteten auf die Verheißung des Vaters, welche ihr habt gehört, sprach er von mir. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. So, die Einführung in diese Geschichte ist sehr deutlich. Hier ist Jesus, der gibt seinen Aposteln, seinen Jüngern, die er erwählt hatte, einen Auftrag. Er hat sie ja nicht zu Jüngern erwählt, damit sie zu seiner Zeit Jünger sind, sondern dass sie seine Jünger werden, nachdem er weg ist, nachdem er nicht mehr auf der Erde ist. Und so hat er ihnen den Auftrag gegeben. Aber er sagt ihnen, geht noch nicht, den Auftrag zu erfüllen, bis dass ihr nicht die Kraft des Heiligen Geistes empfanget. Und dann werdet ihr gehen. Und dann können wir weiterlesen, und er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit oder Stunde, welche der Vater seiner Macht vorbehalten hat, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welche auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein zu Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Haben die Jünger das erfüllt? Nun, der Paulus sagt, sie sind überall hingekommen. Das Evangelium ist in einer Generation damals von den Aposteln weit gereist. Aber hat es alle Menschen erreicht? Natürlich noch nicht. Deshalb ist die Apostelgeschichte, deshalb ist dieser Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat, noch nicht erfüllt. Und erst wenn dieser Auftrag erfüllt ist, kann unser Heiland wiederkommen. Und da er solches gesagt hatte, war er aufgehoben, zusehends, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, gen Himmel fahren, siehe, da stunden bei ihnen zwei Männer in weißen Kleidern, welche auch sagten, ihr Männer von Galilea, aber was steht ihr und seht gen Himmel? So was, auf was wartet ihr noch? Ihr habt doch den Auftrag bekommen. Und wo guckt ihr hin? Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgenommen gen Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt, gen Himmel fahren. Wann? An der Auftrag erfüllt es. Da wandten sie sich um, gen Jerusalem, von dem Berge, der da heißt, der Ölberg, welcher ist nahe bei Jerusalem und liegt ein Sabbatweg davon. So, die Jünger sind fröhlich gegangen, zurück an ihre Arbeit, weil sie wussten, wenn die Arbeit getan ist, dann kommt unser Herr wieder. Es ist entscheidend zu verstehen, dass Jesus seine Jünger, die dann seine Gemeinde gründeten, aus der wir heute Teilhaber sind, dass das gerufen wurde, dass die Jünger und die Gemeinde gerufen wurden zu einem Zweck, zu einer Aufgabe. Und die Aufgabe ist nicht, selbst erlöst zu werden. Wir sind nicht hier, um erlöst zu werden, sondern wir sind gerufen, um einen Job zu tun und eine Aufgabe zu erfüllen. Und erst, wenn diese Aufgabe erfüllt ist, erst dann werden die Augen der Jünger gen Himmel wieder sich aufrichten und werden sagen, wo ist er, der Verheißner, dass er wiederkommt, weil der Auftrag ist erfüllt. Es begeistert mich, dass diese zwei Engel in Männergestalt die Jünger und alle, die nach oben geschaut haben, ermutigt haben, gesagt, er wird kommen. So geht nun, erfüllt den Auftrag, dann wird das Ende kommen. Jesus hat seine Wiederkunft abhängig gemacht von dem Erfüllen des Auftrags. Neulich sagte mir jemand, das heißt, Gott ist abhängig von uns für sein zweites Kommen. Gott hat sich von uns abhängig gemacht. Gott hat die Erde von vornherein, als er die Erde schuf und den Menschen darauf als König tat, die gesamte Erde, das ganze Schicksal der Erde dem Menschen in die Hand getan. Damit hat Gott dem Menschen einen Auftrag gegeben, den Adam, den er erfüllen sollte. Und erfüllt er ihn nicht, ist die ganze Erde, die ganze Menschheit davon betroffen. Gott ändert sich nie. Gott selbst ist unabhängig von allem und jedem. Aber diese Erde und die Verkündigung der Befreiungsbotschaft an alle Menschen hat er nicht Engeln aufgetragen, sondern seinen Jüngern. Es wäre sonst kein Sinn, weshalb er sie beruft. Die Gemeinde hätte keinen Sinn, wäre sie nicht da, um eine Aufgabe zu erfüllen. Aber wir sitzen gemütlich und gehen Samstag für Samstag oder manche Sonntag für Sonntag in die Kirche und denken, wir warten nur noch, dass unser Herr zurückkommt. Oh, ihr werdet noch lange warten. Mit solchen Arbeiten kann Gott nichts anfangen. Gott hat seine Jünger gerufen. Er hat seine Gemeinde gerufen. Er hat sie ausgestattet mit allen Ressourcen, damit sie das Werk, wozu er sie gerufen hat, auch erfüllen. Deshalb müssen wir wissen, warum wir heute die Apostelgeschichte studieren. Damit wir übernehmen das Erbe, was diese Apostel vor uns getan haben und die Fackel, die Stafette zu Ende bringen, damit unser Jesus kommen kann. Ja, damit er wiederkommen kann, zeugen diese zwei Männer und der Auftrag Jesu. Er kann erst wiederkommen, wenn der Auftrag erfüllt ist. Damit ist von seiner Gemeinde das Ende dieser Welt zu hundertprozentig abhängig. Sonst ist der Befehl und der Auftrag sinnlos. Sonst muss ja Gott sein Werk selber tun. Aber so hat er Adam nicht geschaffen. Und so erneuert er nicht den Menschen, dass er getauft wird mit Geist Gottes, damit er für sich lebt. Nein, damit er dient, damit er tut und einen Auftrag erfüllt, der ohne ihn nie zu Ende gehen kann. das ist ein Gott, der dem Adam die ganze Verantwortung gibt. Und das ist unser Heiland, der seinen Jüngern, die er extra ausgewählt hat, den ganzen Auftrag übergibt, das Licht dieser Erde, den Auftrag der Erlösung zu erfüllen. So, schauen wir uns den Auftrag an. Der Auftrag des Christen, sein Zeugnis im Dienste Jesu Christi. Es ist ein Auftrag. Es steht hier, es ist ein Befehl. Was ist es? Jesus sagt, zuerst, geht hin. Wir kennen den Auftrag aus den drei Evangelien, den besonders schön zusammengefasst ist, Matthäus 28, am Ende des Kapitels. Wir können alle nachlesen. Ich versuche hier der Zeithalbe nur die Punkte rauszunehmen. Geht hin, in alle Welt, das heißt zu allen Völkern, warum in die Welt zu allen Völkern? Warum ist die Botschaft der Jünger Jesu eine einschließende Botschaft, ein einschließender Auftrag aller Völker? Damit alle Völker gemeint sind, muss es Voraussetzungen geben. Die Botschaft muss eine Sache lösen, das für alle Menschen auf dieser Erde gültig ist. Das heißt, die Menschen müssen alle in derselben Situation sein. Alle müssen unabhängig von Kultur und Ortschaft dasselbe Bedürfnis haben, zum Beispiel Sauerstoff, Wasser, Nahrung. Und sie alle müssen in derselben schwierigen Situation sein, nämlich unfähig, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und dieses Baby, wenn es auf die Welt käme, mit einem geschlossenen Mund und einer geschlossenen Nase, die verwachsen ist, hat es keine Chance zum Leben. Und das ist der Zustand eines jeden Menschen bei seiner Geburt, unfähig zu leben. Und jetzt ist Christus gekommen, um diese Fähigkeit wiederherzustellen, damit alle Menschen davon wissen, deshalb ist der Auftrag allumfassend, einschließend, niemand ist eine Ausnahme von diesem Zustand und niemand ist eine Ausnahme, dass er Sauerstoff, Wasser und Nahrung braucht. Niemand von allen Menschen ist ausgeschlossen. Deshalb ist Jesu Auftrag an seine Jünger nicht für Jerusalem, für Samaria, sondern für alle Völker und das bis an das Ende der Welt. Das heißt, bis der Auftrag erfüllt ist. So, jetzt schauen wir an, das ist ein Bild für die physischen Bedürfnisse des Menschen. Was ist das größte Bedürfnis des Menschen? Und wir alle wissen, das größte Bedürfnis des Menschen ist die Liebe. Und durch den Irrtum im Geist des Menschen ist der Mensch von Gott getrennt. Er hat keinen Zugang mehr zu dieser Quelle. Genauso wie das Kind, das mit Nase und Mund verklebt auf die Welt käme, verwachsen auf die Welt käme. Es wäre unfähig, einen Kontakt herzustellen mit der Außenwelt, weil Mund und Nase wären zu. Das Mittel, was es aus der Luft nehmen muss, die Mittel, das es von der Erde nehmen muss, wären ihm nicht zugänglich. Und genau so ist das auf geistiger Ebene. Der Mensch ist getrennt von Gott, er kommt mit einem Irrtum auf die Welt, der da selber denkt, er ist Gott. Er kann nicht mehr zu Gott zurück, weil er ja in einer Selbsttäuschung lebt. Er ist nicht mehr fähig, dahin zu kommen. Deshalb muss die Botschaft des Evangeliums etwas im Menschen erledigen. Ein Mensch lebt in einer größten Illusion. Er denkt, bei ihm ist alles okay, während er in einem tiefsten Selbstbetrug lebt. Und wir wollen uns das ein bisschen anschauen. Jesus sagt, dass er gekommen ist, um die geistig Armen gesund zu machen. Der Mensch denkt aber jetzt, er ist geistig reich. Was ist er nun? Er denkt, ich bin geistig reich, ich bin weise, verstehe alles, keiner kann mich etwas lehren. Während die Realität eine andere ist, er ist geistig arm, unweise, kennt sich selbst nicht. Wenn er denkt, er kennt das, wie groß muss da der Selbstbetrug sein. Der zweite Punkt, andere sind das Problem, wenn der Mensch Schwierigkeiten hat. Jeder Mensch, der zu mir in die Praxis kommt, erzählt von den Anderen. Niemand kommt zu sich und sagt, ich Anderer. Der Mensch sieht nicht sich selbst, wo er in der Not ist. Er sieht nicht, dass er ein gebrochenes Herz hat, das heißt, ein Herz, das nicht mehr richtig denken kann, das nicht mehr Dinge richtig bearbeiten kann, und er sieht sich als verletzt, während er sich selbst verletzt. Es ist ganz schwierig, heute meinem Patienten klarzumachen, dass eine Krankheit selbst gemacht ist von ihm, nicht durch das zu viele arbeiten, sondern durch die Art und Weise seines eigenen Denkens. Der Mensch denkt, er hätte einen freien Willen, er ist eines der größten Irrtümer, die heute in der christlichen Welt herum gehen und auch in der anderen Welt, aber da ist es ja kein Wunder, dass man im Irrtum lebt. Aber wenn die Christen denken, sie hätten sein Willen und jeder könnte wann immer er will das Böse abwählen, dann brauchen sie keine Botschaft an diese Welt zu bringen, weil dann kann jeder von sich aus eine Wahl haben. Die Realität ist, keiner hat eine Wahl. Jeder, der geboren wird auf dieser Welt, ist ein Sklave des Irrtums und damit des Teufels, von dem er den Irrtum übernommen hat. Jeder tut nicht das, was er will, sondern das, was er nicht will. Die Krankheit, die Angst sind ein ganz deutlicher Beweis, dass der Mensch ein Gefangener ist, seiner selbst. Er hat keinen freien Willen, er zerstört sich doch. Das ist doch nicht Freiheit, wenn jemand leben will und gleichzeitig sich zerstört und umbringt. Das macht keinen Sinn. So tief ist das Menschen Irrtum. Ja, er wurde gemacht, dass nur er die Dinge tun kann. Ja, niemand kann an unserer Stelle denken. Aber was wir heute und wie wir heute denken, wir denken in einer völligen Gefangenschaft. Dann denkt der Mensch, er könne die Dinge richtig sehen. Er denkt, wenn er seinen eigenen Geist benutzt und verstand, er könnte sich auf ihn verlassen, dass das, was er sieht, auch stimmt. Er könnte sich verlassen auf das, was er liest. Oh, ich habe so viele Menschen, die lesen in dieser Schrift, aber sie verstehen nicht das, was ich verstehe. So, wie kommt es, dass wir alle die Dinge fehlinterpretieren? Wie kommt es, dass eine Bibel und, ich sage jetzt mal, Millionen von Meinungen sind, wenn nicht Milliarden. Weil der Mensch blind ist. Er sieht die Dinge verkehrt rum. Er kann nicht lesen die Schrift. Die Bibel sagt, derjenige, der nicht von Neuem geboren ist, kann das nicht verstehen. Für ihn ist das, wie wenn er Hieroglyphen lesen würde. Auch wenn er die Sprache versteht, auch wenn er die Worte liest, er kann sie nicht begreifen, weil sie müssen begriffen werden von einem sehenden Menschen. Aber der Mensch ist blind. Wie er die Dinge einschätzt, das ist nicht der Wahrheit entsprechen. Der Mensch denkt, er ist geistig unabhängig. Die Menschen denken, sie handeln ohne Abhängigkeit zu anderen Menschen. Dabei weiß der Mensch nicht, dass er immer in einer geistigen Abhängigkeit lebt. Einer meiner Pflegesöhne sagte einmal, als er das Evangelium ablehnte, oder ich habe ihm gesagt, mein Junge, an dem Tag, wo du siehst, dass du nicht tust, was du willst, dass du in einer geistigen Abhängigkeit lebst, die dir nicht bewusst ist, an dem Tag, wo du diese geistige Abhängigkeit dir bewusst wirst, wo du merkst, dass du ein Sklave bist, einer anderen macht, der du gar nicht Sklave sein willst, wenn du deine Abhängigkeit erkennst, an dem Tag wirst du dich bekehren. Der Mensch muss erkennen, alle seine Probleme kommen aus seiner falschen Abhängigkeit. Egal, was für Symptome ein Mensch hat in seinem Körper, egal, was für Probleme er hat in den Streitereien oder in den Dingen seines Lebens, alle, alle, ohne Ausnahme kommen aus einer falschen geistigen Abhängigkeit, die dem Menschen nicht bewusst ist, weil er denkt, er ist geistig unabhängig. So, ihr seht, das Evangelium hat eine große Herausforderung. Sie musste Menschen etwas zeigen, was er gar nicht sehen kann. Jesus sagt, geht und lehrt sie. Was? Die frohe Botschaft der Befreiung, lehrt sie halten, was ich euch befohlen habe, das heißt, was sie tun sollen, damit sie frei werden. Deshalb kommen ja die Patienten zu mir in die Praxis, sie wollen gesund werden. Gesundheit und Freiheit sind Synonyme, weil das eine ist die Ursache, die Unfreiheit ist die Ursache für die Krankheit. Deshalb komme ich aus der Gefangenschaft heraus, komme ich auch in die Gesundheit. So, das Evangelium, die frohe Botschaft der Befreiung, bringt das Licht dem Menschen und macht seinen Zustand bewusst. Sie deckt den Selbstbetrug auf. Es ist nicht alles okay. Ich bin in einer schwierigen Lage. Der Mensch erkennt, dass er sagt, Herr Doktor, das ist nicht möglich, was Sie mir das sagen. Ich sage, genau so ist es. Sie sind nicht in der Lage, das, was sie tun müssen für ihr Leben zu tun. Wenn jemand mit dir streitet um das Erbe oder jemand stirbt dir weg, dann merkt der Mensch, wie stark er im Selbstbetrug ist, dann merkt er, er kann nicht loslassen. Es ist so wie der Affe, der ins Glas greift, wo die Banane ist. Und wenn er rauskommen will aus dem Glas, kann er nicht, weil er hat die Banane und er hat der Faust gemacht. Er will die Banane nicht loslassen, aber lässt er sich nicht los, kostet es ihm sein Leben. Es kostet ihn alles. Dabei denkt er, er hält doch die Banane fest. Die Banane ist doch Nahrung. Oh ja, es ist die falsche Nahrung. Das Festhalten in einer menschlichen Beziehung, in einer menschlichen Beziehung abhängig zu sein und die erkennt man auch nur dann, wenn sie weg ist und man nicht loslassen kann, zerrt einen in den Tod. Und die Krankheit ist die Vorstufe, dass man das erkennt und es nicht mehr tut. Dass man die Banane loslässt, sie ist nicht Leben, sondern die Freiheit ist das Leben. Das Evangelium bringt das Licht, dass die Banane, die ich festhalte, mein Verderben ist. Und ich halte sie nur fest, weil ich denke, sie ist mein Leben, aber es steckt kein Leben in etwas physischem. Das Leben kommt aus Gott. Und die frohe Botschaft bringt die Befreiung. Sie zeigt den Ausweg aus der angeborenen ausweglosen Lage heraus. Sie bringt uns die Errungenschaft Christi und löst den Irrtum im Menschen auf. Das ist die frohe Botschaft. Es ist Licht zur Erkenntnis des Zustandes zur Selbsterkenntnis und sie zeigt gleichzeitig den Ausweg. Und der Ausweg ist das Leben Jesu. Die Auflösung des Irrtums im Herzen des Menschen. Der dritte Punkt im Auftrag des Christen ist tauft sie. Jesus sagt, wer glaubt und getauft wird, der wird frei oder selig oder löst. Die Bedeutung der Taufe, die Bedeutung der Erwachsenen Taufe hier, wird im Römer Kapitel 6 sehr schön beschrieben und ich lese Römer 6 Abvers 3 bis 7. Wisset ihr nicht, dass alle, die wir in Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft, deshalb der ganze Körper wird unter getauft, er wird begraben. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das gleich wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. So wir aber samt ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode, so werden wir auch seiner Auferstehung gleich sein, weil wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, auf das der sündliche Leib aufhöre, dass wir hin vor der Sünde nicht mehr dienen, denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde, besser gesagt, wer gestorben ist, über den hat die Sünde keine Macht mehr, er ist von ihr frei. Das heißt, die Taufe bedeutet der Irrtum, die Wurzel alles Bösen muss abgetötet werden. Das ist das, warum Jesus sagt seinen Jüngern, geht hin, verkündigt ihnen die frohe Botschaft und als Zeichen dessen, dass sie das verstanden haben, lassen sie sich taufen, weil die Taufe beweist, wenn der Mensch sie im richtigen Sinne erfüllt, dass er ohne Tod keine Lösung hat. Es muss der Irrtum abgetötet werden. Jesus Christus kam auf diese Welt, um diesen Irrtum zu zerstören. Er hat in sich selbst ihn am Kreuze zerstört und gibt uns allen die Vererbung dieses Abtötens des Irrtums. Weil wenn der Irrtum in mir nicht abgetötet wird, dann ist das Evangelium eine Farce. dann ist das Evangelium nur eine rechtliche Angelegenheit. Aber die Erlösung ist nicht eine rechtliche Angelegenheit, meine Lieben. Die Erlösung ist eine Realität, die nach den rechtlichen Linien vorgenommen wird. Das heißt, das Gesetz muss bewahrt werden, damit die Erlösung geschieht. Aber die Erlösung ist nicht eine rechtliche Angelegenheit. Es ist eine tatsächliche Angelegenheit eines Befreien eines Menschen aus der Selbstzerstörung, aus der Unfähigkeit, mit Gott wieder seine Liebe von Gott zu holen, mit Gott wieder in Kontakt zu kommen, der die einzige Quelle der Liebe für uns Menschen ist. Wir müssen atmen aus ihm. Aber da unser Mund und Nase zu sind, durch den Irrtum können wir aus ihm nicht atmen und bis das letzte Wurzel dieses Irrtums nicht weg ist, sind wir Gefangene in dieser Welt. Gefangene im Irrtum. Und jetzt haben viele Menschen und die meisten Christen glauben ja, dass sie nicht ganz frei werden können. was würde ich meinem Patienten erzählen? Besonders dem, der nicht mit dem Glauben was zu tun hat. Was will ich dem sagen? Er soll rechtlich gesund werden? Das heißt, nimm an, du bist gesund und du bist gesund. Soll ich ihm das erklären? Macht das Sinn? Aber genau das verkündet heute die Christenheit. Das ist das Evangelium, das heute in aller Munde ist. Denk dich gesund. Nimm an, du bist erlöst. Hallo, schau doch auf deine Realität hin. Wenn ich dem Kranken sage, geh hier aus der Praxis raus und denke, du hast nichts mehr, dann ist alles gut. Ist das mein Doktor Arbeit? Ist das, was Sinn machen wird? Hat uns deshalb Gott als Christ in die Welt gesetzt und als Ärzte, dass wir den Menschen machen sollen? Sie sollen eine Illusion leben? Das heißt, sie sollen sich einbilden, sie sind gesund, wenn sie krank sind? Ich werde immer wieder konfrontiert mit der Idee, dass wir nicht frei werden können. Ja, dann sage ich, okay, wissen Sie, ihr Glaube kann sie zur Hälfte gesund machen. Aber glauben sie ja nicht, dass ihr Ohrpfeifen je ganz weg gehen wird oder dass der Schwindel ganz aufhören wird oder dass euer Krebs heilbar ist oder was auch immer. Das ist ein Selbstbetrug, weil wir haben aus der Lösung, ja, sie muss rechtlich ablaufen, aber sie ist keine Rechtssache. Sie ist eine Realität der Befreiung des Menschen aus dem Irrtum durch den menschgewordenen Erlöser. Das ist Evangelium und es muss komplett sein. Deshalb muss das Kreuz Christi einen Menschen aus seiner Unfähigkeit herausholen. Es muss ihn aus der Armut, aus der geistigen Nicht-Erkenntnis reich machen. Er muss zur kompletten Selbsterkenntnis kommen. Das ist Reichtum am Geist. Er muss erkennen, dass aus seinem gebrochenen Herz, aus diesem Herz, das ihn betrügt, muss er gesund werden. Er muss aus der Gefangenschaft, dass er denkt, er hat einen freien Willen, aus der Gefangenschaft, das zu tun, was er nicht will, befreit werden, um wieder zu tun, was er will. Er muss aus der Blindheit, der Fehlsicht über sich selbst und über das Leben und über die Dinge auf dieser Erde, die Fehlsicht über die Schrift und über das Evangelium, muss er befreit werden und muss sehend werden. Und er muss aus der Unterdrücktheit, der falschen Abhängigkeit zu einer Abhängigkeit kommen, die nicht mehr falsch ist, sondern die richtig ist, nämlich die Abhängigkeit von Gott. Wenn das Evangelium nicht eine Realität wird im Leben des Menschen, dann ist das Kreuz eine Farce. und genau das beweist die Christenheit heute, dass das Kreuz so wie es geglaubt und gepredigt wird, eine Farce ist. Es ist ein machtloses Dasein. Und es ist nicht einmal willkommen zu hören, dass wir müssen ja ganz frei werden. Ich wurde am letzten Wochenende konfrontiert, damit das man mir öffentlich widersprach, dass es nicht möglich ist. Und ich sage, dann können wir einpacken. Dann ist unser Auftrag sinnlos. Wenn ich als Arzt einen Menschen nur gerecht gesund sprechen will, dann habe ich nichts getan. dann ist das Ganze nur ein Selbstbetrug. Aber Gottesdiener, die wirklich den Auftrag ernst nehmen, sie bringen eine Botschaft, die die Welt erleuchtet. Und diese Botschaft muss durch das vorgelebte Leben, durch eine Realität, in der sie leben, Klarheit bringen. Das Licht ist vorgelebt. Es müssen die Welt erleuchten. Menschen, die das Licht sind. Sicherlich ist es eine wachsende Erfahrung, keine nicht wachsende Erfahrung. Es ist nicht etwas, was auf einmal passiert. Die Erlösung ist ja ein Wachstumsprozess. Das Licht, sagt der Salomo, fängt an am Morgen und fängt von der Morgenröte an, bis es hell wird zum Mittag. Das ist ein Prozess, aber der Mittag kommt, es muss ganz hell werden. Diese ganze Erde muss erleuchtet werden durch einen vollkommenen Charakter, der vorgelebt ist, der die Liebe Gottes wieder zeigt, der beweist, dass diese Menschen wieder mit Gott in Verbindung sind und zwar nicht nur halbwegs, sondern komplett. Ihr Vertrauen zu Gott, ihre Abhängigkeit zu Gott ist ganz und völlig da. Deshalb predigen sie eine Botschaft, die sie leben und sie erklären mit ihrem Leben, dass es möglich ist. Durch Christi Gnade ist es möglich, dass der Mensch frei wird. Ich würde nicht mehr glauben, wenn ich nicht wüsste, ich sein, dann würde ich sagen, jetzt reicht mir doch, ich bin doch in diesen 15 Jahren, in denen ich mit Gott gewandelt bin, habe ich doch schon viel Freiheit gewonnen, wie wäre es, ich bleibe jetzt hier so stehen. Und wenn ich da noch merke, meine Schwachheit und meine Abhängigkeit, die falsch ist von meiner Frau, und dann sage ich, naja, gut, was soll's, ich kann es eh nicht darüber finden. Und wenn ich dann noch irgendetwas sehe und mich da ärgere und da widerspreche, wird da je das Licht in dieser Welt kommen? Stellt euch vor, die Jünger Jesu, und wir werden sie ja jetzt betrachten in Apostelgeschichte, hätten die Dinge vorgelebt, ohne dass sie auf diesem Weg des Lichtes waren und zwar zu Ende gehen wollten. Das Licht auf dieser Welt kann nur scheinen, wenn es komplett ist. Jetzt kommt der letzte Part des Auftrags, nachdem wir gegangen sind an alle Menschen, nachdem Gelehre klar und deutlich gemacht wurde, nachdem getauft wurde, das heißt die Menschen mussten erkennen, sie müssen absterben dem Irrtum, mit dem sie geboren sind, werden sie jetzt gemacht zu Jüngern, sie werden berufen in den Dienst, in den auch sind, so dass das eine Vermehrung gibt, so wie es Gott von Anfang sagte, Adam und Eva vermehrt euch, die Christenheit muss sich vermehren, dort wo die Christenheit stagniert und jetzt will ich ja nicht sagen Vermehrung zahlenmäßig, weil zahlenmäßige Vermehrung ist schnell gemacht, aber eine reelle Vermehrung, das heißt eine Vermehrung dass die Menschen das Wesen Christi übernehmen und ihm immer ähnlicher werden, eine reelle Vermehrung ist das, worauf es ankommt. Das sind Jünger, die gehen nicht und wollen Zahlen haben, die haben eine Botschaft und erfüllen das. Und Jesus hat gesagt, ich bin mit euch alle Tage bis zur Erfüllung des Auftrags, bis zum Ende der Welt. Ja, er hätte ihnen den Auftrag nicht gegeben, hätte gesagt, wenn ihr den Auftrag zur Hälfte erfüllt hat, komme ich wieder. Nein, dann hätte er nicht gesagt, bis ans Ende der Welt, dann hätte er nicht gesagt, mit seinen eigenen Worten in Matthäus 24, 15, wir alle kennen den Vers, oder 14, und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker und dann wird das Ende kommen. Und das Evangelium ist noch nicht bis ans Ende der Erde gekommen, weil Gott hat noch nicht mit wem. Und wir werden sehen, er muss die Menschen ausstatten mit Ressourcen, mit Macht, die ihm jetzt gegeben wurde, damit sie den Auftrag am Ende erfüllen. Am Anfang haben sie zu Pfingsten, wie wir sehen werden nächstes Mal, die Kraft Gottes des Heiligen Geistes bekommen in den Frühregen, aber es gibt auch ein Bild für den Spätregen. Die Erde muss reif werden, dafür muss ich die Kraft Gottes in den Seinen völlig offenbaren, sodass die ganze Welt die Herrlichkeit Gottes sieht in einem Menschen. Die größte Not der Welt sagt Ellen White in ihrem schönen Buch Die Fußspur des großen Arztes Die größte Not der Welt ist Menschen, die Gottes Liebe an dieser Welt tragen. Dass die Liebe Gottes offenbart wird in menschlichen Wesen, das ist Realität. Gott sie mag sie steigen, aber sie muss doch irgendwann mal zum vollen Licht kommen, damit das Werk beendet werden kann. Es muss das Werk beendet werden. Jesus kommt erst dann, wenn er zwei Kategorien von Menschen hat. Seine Diener haben sich von zwölf auf zwölf mal zwölftausend vermehrt. Sie sind es, die dann übrig bleiben. Es sind die gerechten Diener Gottes. Sie werden übrig bleiben, bevor Jesus kommt und gehen durch die Plagen. Es werden nicht nur sie erlöst. Sie haben einen Dienst getan, bevor die Gnadenzeit schließt, wo sie vielleicht, ich möchte es hoffen, dass es eine Milliarde Menschen werden in dieser Zeit, die erreicht werden durch die Diener Gottes, wenn dieses Licht des Evangeliums durch den Spätregen über die ganze Erde leuchten wird, dann wird die ganze Welt in kürzester Zeit und kein einziger wird ausgelassen, das Evangelium sehen und Jesus kann sagen, alle haben ihre Entscheidung getroffen. Und am Ende, bevor er aus dem Tempel geht und die Gnadenzeit schließt, haben seine Diener den Auftrag erfüllt. Wisst ihr, diese hier müssen für diese hier nichts mehr tun. Sie müssen für keinen Menschen mehr etwas tun, weil sie können nichts mehr tun. Ihr Auftrag ist erfüllt, wenn du nichts mehr zu tun hast. Erst dann, wenn du sagst, alle haben es gehört, alle haben ihre Wahl getroffen. Jetzt ist der Auftrag erfüllt. Auf das haben diese zwei Männer in Apostelgeschichte durch Jünger hingewiesen, auf das weisen sie uns heute hin. Jesus Christus kommt, alle Augen werden ihn sehen, alle, die nicht erlösten, sterben bei seinem Anblick, seiner Herrlichkeit. Jesus Christus auferweckt die Toten, die erlöst sind im Herrn. Er wandelt die 144.000 die Erstgeborenen um in das Ebenbild und er sammelt alle Erlösten in der Wolke und der Auftrag ist beendet. Die Erlösung ist vollzogen. Es bleibt nur noch das Gericht über die Gottlosen und über Luzifer. Das ist die Apostelgeschichte. Der Lukas hat sie angefangen zu schreiben. Wir durch Gottes Gnade werden sie beenden. Und es wird nicht eine menschliche Hand die Geschichte schreiben, die wir gehen, sondern wir werden sie selbst singen. Das Lied des Moses und des Lammes, das nur die 144.000 singen können. Dieses Lied des Moses und des Lammes ist das Lied eine Erfahrung. Die kann kein Lukas schreiben, die kann kein Mensch, der es nicht durchgemacht hat, erklären. Aber die Apostelgeschichte beginnt mit zwölf und sie endet mit zwölf mal zwölftausend. Und das ist eine Realisation. Das ist eine Erfüllung der Macht des Evangeliums Gottes. Wenn der Herr 144.000 Menschen hat, die so wie Christus sind, die Apostel, die vollkommen sind, wo der Zorn Gottes ihnen nichts antun kann, so wie Jesus am Kreuz nicht antun konnte, in sieben Plagen, dann beweist Gott, einem jeden im Universum, aber einem jeden im Endgericht, einem jeden, der nicht glauben wollte, dass die Erlösung komplett sein muss. Und ja, dass nicht alle dahin kommen, wissen wir, darüber geht es gar nicht. Es geht nur um die Möglichkeit, kann sie komplett sein oder kann sie nicht, muss sie komplett sein oder muss sie nicht und sie muss komplett sein. Gott beweist, dass wenn alle dieselben Umstände gehabt hätten, dieselben Voraussetzungen, dann hätte er sie alle dahin gebracht durch seine Gnade. Aber er hatte nicht alle die Voraussetzung, der Schechramkreuz konnte nicht mehr durch den Prozess gehen, er wurde dennoch erlöst und die Milliarde von Menschen, die erlöst werden in unseren Tagen, kann nicht mehr durch den Prozess der Vorbereitung gehen, aber sie werden den Namen des Herrn anrufen und sind selig, aber sie tun es, weil Gott ein Volk hat, durch das er beweist, dass es geht. Jeder Mund eines unvollkommenen Menschen wird gestillt werden. Jeder Lehrer, der die Unvollkommenheit versucht hat, als richtig zu verkündigen, wird durch die 144.000 vor der ganzen Menschheit dann am Ende des Gerichts verstummen. Erlösung ist ganz oder sie ist gar nichts. Ich hoffe, wir werden dieses Studium zusammen mit großer Freude tun. Es soll ein Studium sein, das uns wachrüttelt, das uns bewusst macht, wir sind nicht hier, um erlöst zu werden, wir sind hier, um andere zu erlösen. Ein Studium, das uns klar macht, Jesus, unser geliebter Heiland, kann sein Werk nicht beenden, wenn wir nicht unseren Auftrag erfüllen. Die Engel warten noch lange, damit sie sagen können, hier kommt er. Sie müssen noch warten, bis sie begleiten können, dass er kommt, wenn wir den Auftrag nicht erfüllen. Aber ob du dabei bist oder nicht, ich weiß es, es ist die Zeit, Gott wird und hat seine Menschen schon langsam zusammen und es ist nur eine Frage, willst du auch unter ihnen sein? Ich möchte es, ich möchte unter denen sein, die Gottes Werk verkündigen, die mit ihm gehen und die das Werk beenden in unseren Tagen, zu unserer Zeit, muss die Apostelgeschichte zu Ende gehen. Amen.